Zuerst möchte ich versuchen die Ärsche, die mich schon einmal umgelegt haben. Hallo Eichhörnchen, Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wodurch ich gestorben bin, äh, umzubringen, das heißt umzubringen, ähm, an denen vorbeizukommen. Du tust mir nichts, ich tue dir nichts, genauso bei dir. Ohohoho. 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 Aber ich mag nicht besser. Das war noch nichts. Ah, jetzt gleich kommen die Typen, ich hab schon witzige Hände, weil ich's weiß. Du kannst ganz anruhig und entspannt liegen bleiben, Hund. Regnet, ist das schon ein Vorteil für mich? Aua! Verdammt! Oh, Bim! Schnell! Oh! Ich hab sie aber verletzt! Alles gut, ich hab sie verletzt! Das wird denen nicht gepasst haben. Find the source of the mysterious message. Ja. Beim nächsten Mal kriegen sie. Oh, beim nächsten Mal kriegen wir sie. Oh, Gott im Himmel. Ähm, essen. Warte, erst unsere Katze nochmal, lieben. Auf sie mit Gebrüll und los. Wir sind endlich weiter. Wir können vielleicht durch ein Portal. Und haben die Typen fast erledigt. So! Nach wie vielen Folgen? 15? Glaube ja. Jetzt sind die Typen nur noch halb so gefährlich. Jetzt sind die Typen nur noch halb so gefährlich. Nein, 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 nicht lecken. Und auf. Platz. Das ist grüß. Das ist grüß. Verdache. ud Wir sollten uns unbedingt eine zweite Tür besorgen. Sollen wir das noch rüberschaffen? Ich weiß es nicht. Ach ja. Gib sie mir doch alle. Na komm, du auch noch. So habe ich es gerne. Alle auf mich draufdreschen. Ja. Ach ja. Jetzt bin ich hier gefangen. Bis. Lecku mio. Dann machen wir ein wenig Musik, oder? Was spielen wir denn? Äh, angels we have heard. Okay, es passt vielleicht nicht gerade so ganz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt gucken wir nochmal, was unten abgeht. Immer noch dunkel. Dann gucken wir einfach nochmal, ob wir die nochmal erledigen können. Ich glaube, es wird sowieso gerade Tag. Okay. Dann nochmal Pilzchen abbauen. Damit wir noch was für einen Snack zwischendurch haben. Haben ja nicht schon genug Pilze in der Tasche. Nein, falsche Richtung. Okay. 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 Und wir haben so viel zu essen immer. Da siehst du viel zu viel. Kann es jetzt mal wieder Tag werden? Okay. 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 Wie soll ich mein Haus auch einfach erweitern? Haha. Wieso Tunnel? Dann tauchen wir bei Ferraria dort Monster auf. Das wärs. Okay. 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 könnt ihr mir nix. Aua. Hallo. Top Word jetzt. Ja. Wir wissen's. Danke. Das Portal machen wir gleich. Ja, komm schon. Hallo. Hallo. So, ich weiß nicht, wo sie sind. Das macht mir Sorgen. Aber wenn kann ich nicht blingen? Sie sind tot. Sie sind tot. Sie sind tot. Oh ja, sie sind tot. Juhu. Ich hab's geschafft. Wenn jetzt noch mal so Ärsche kommen, ich glaube, dann ich hab keine Molotow-Cocktails mehr. Ein Feuer. All meine Sachen. All meine Sachen. Das können wir vielleicht mal benutzen. Dann. Und ich muss dir wie. Wie so? Aha. Aha. Jetzt wird ein Schuh drauf. Wir haben so viel Essen hier rumliegen. Egal, das wurde ich dann anders mal. So, kleine Maus, möchtet ihr nicht wehtun? Ihr auch nicht? Okay, das hat nicht viel gebracht. Nehme dich wieder mit. Dann lassen wir Gras drüber wachsen. Ach, kleine Maus, bitte so doof. Ja, bitte. Was ist das? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja.